Detective Ma und sein Käpt'n bekommen von der Polizei den Auftrag, einen von Seoul nach Vietnam geflohenen Kriminellen zurückzuführen. Dabei stoßen sie auf die Spur eines blutigen Killers, der in die Entführung eines koreanischen Geschäftsmannes verwickelt ist. Dessen Vater will das Lösegeld jedoch nicht bezahlen und schickt stattdessen ein Söldnerteam, um den Killer und Entführer zu ermorden. Detective Ma und sein Käpt'n geraten daraufhin in einem Land, in dem sie eigentlich gar nicht ermitteln dürften, in eine blutige Spirale der Gewalt. The Roundup stammt aus dem Jahre 2022, hat eine Lauflänge von ca. 106 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Guckt man auf den koreanischen Originaltitel, dann sehen wir zum Ende hin als Zusatz eine 2 stehen. Alternativ gibt es auch den englischen Titel The Outlaws 2 und da bekommen wir dann den Hinweis, dass es sich bei The Roundup um eine Fortsetzung zum Streifen The Outlaws aus dem Jahre 2017 handelt. Mit dabei ist bei dieser Fortsetzung zwar ein anderer Regisseur, aber wir haben allen voran natürlich Don Lee in seiner Paraderolle als Detective Ma und da lehnt sich alleine schon der Name des Charakters an seinen bürgerlichen Namen an und diese Rolle ist ihm wie auf den Leib geschnitten, denn da verkörpert er all das, was ich an Don Lee so liebe. Eben diese Ausstrahlungskraft, diese Stärke, diese Brutalität, diese Härte, aber auch eben diesen Witz und auch diese Großmütigkeit, dieses große Herz, das er hat, weil er sich für die Schwachen einsetzt, die sich nicht wehren können gegen die ganzen Bösewichte. Und da stellt er sich davor und da klatscht er die einen nach den anderen wieder mal durch die Gegend mit jeder Menge Wortwitz und wie gesagt sehr viel Herz, also absolut großartig. Neben ihm sehen wir auch noch ein paar weitere bekannte Gesichter aus The Outlaws von 2017 wieder. Da hätten wir zum einen auch eben seinen Käpt'n, der hier mit dabei ist bei diesem Einsatz und der Einsatz, der ist absolut großartig. Wir haben zum einen ein paar richtig harte, knallharte Szenen, also hier wird mit Messern, Äxten und sonstigen hantiert, auch ein paar Gliedmaßen abgetrennt, wenn auch das meiste davon im Off geschieht. Aber ansonsten haben wir hier wenige Schießereien. Kaum jemand schießt im ganzen Film. Ich glaube, der Käpt'n schießt einmal auf einen der flüchtenden Gangster. Ansonsten haben wir sehr viele Kampfszenen, wo sie sich eben aufs Maul hauen, super choreografiert. Kaum irgendein Schnitt, lange Kamerasequenzen, alles super choreografiert. Alles, wenn diese Stuntments hier durch irgendwelche Fenstertüren oder Bretter und Tische und was weiß ich nicht alles fliegen, da tut es dir schon von hinschauen weh, also absolut großes Kompliment auch an diese Stuntmen und eben auch der Kameramann, der hier immer mit dabei ist im Geschehen, keine langen Schnitte braucht und auch nicht irgendwie blöd mit der Kamera rumwackeln muss, um hier irgendwie Dynamik zu suggerieren, wie das ja in anderen Filmen der Fall ist. Also in Szene gesetzt ist das Ganze wieder großartig. Begleitet wird es immer mit einer richtig coolen Rockmusik, wenn Don Lee hier auftritt. Und auch im Abspann hört man nochmal diese richtig coole Rockmusik. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann natürlich Don Lee schon in der ersten Szene, wo es losgeht mit einem Überfall in einem Lebensmittelladen. Und da tritt er einfach rein, der Gangster fuchtelt da mit einem Messer umeinander und er sagt noch, komm, leg das Messer weg, du könntest noch jemanden verletzen. Nimm ihn halt überhaupt nicht ernst. Und der andere fuchtelt immer weiter, dann entwaffnet er ihn und dann piekst er ihn mit dem Messer so in den Arsch rein und zeigt ihm, siehst du, tut weh, wenn du jemanden damit treffen tust. In einer anderen Szene fuchtelt jemand mit einer Waffe auf ihn rum. Er mit einem richtig flinken Handgriff entwaffnet er diesen Gegner, guckt in die Pistole rein, merkt er, die ist ja scharf geladen, sagt, spitz du, willst du mich etwa umbringen? Holt aus und dann macht es Batsch. Und dann gleichzeitig macht es auch Matsch. Denn nichts anderes als irgendwie Kartoffelbrei kommt mir da in den Sinn, wenn die Faust von Don Lee auf eine der Gesichter seine Gegner trifft. Er ist einfach absolut großartig und wie immer begleitet mit einem lustigen Spruch, wie auch zu seinen Käpten gegenüber immer so. Da ist er auch ganz freck, so lassen Sie mich doch jetzt einfach mal diesen Wichser finden und in Ruhe. Also richtig, absolut genial. Ansonsten, wie gesagt, Grundton ist eigentlich eher ernst. Der Film nimmt sich aber nicht so ernst und wird dann immer wieder aufgelockert. Was gibt es negativ zu sagen? Im Großen und Ganzen fällt mir nicht viel Negatives ein. Zum einen könnte man sagen, nach der 40. Minute, wo es eben eine großartig choreografierte Kampfszene gibt, da kommt ein bisschen Leerlauf mit rein, aber nicht allzu lange. Und der Film dauert ja auch nicht allzu lange mit seinen 106 Minuten. Ansonsten könnte man auch sagen, okay, der Film läuft einfach geradlinig von Punkt A nach Punkt B bis zum Ende ohne irgendwelche großen Überraschungen, Wendungen oder sonst was. Aber ganz ehrlich, lieber so als irgendwelche Pseudo-Twists, die hier mit eingeführt werden, nur weil wir ja unbedingt eine Überraschung oder Wendung brauchen und dann noch eine und noch eine. Nee, dann lieber so und geradlinig. Der Bildlook ist am Anfang auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der ist auch so, ja, nicht Vanillecreme, sondern so gelbcremig und so wie ein Schleier über die komplette Stadt. Und speziell bei den Außenaufnahmen ist es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. In den Innenaufnahmen geht es meiner Meinung nach. Aber ja, das wird dann auch schon alles, was ich hier an Kritik anbringen könnte bei diesem Film. Also filmtechnisch, vom Film selbst her, The Roundup ganz klar eine absolute Empfehlung meinerseits. Cape Light Pictures veröffentlichte den Film auf DVD, auf Blu-ray und auch im Mediabook. Und was dieses Mediabook zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt an. Vor uns liegen haben wir das Mediabook zu The Roundup mit Don Lee. Hier auf der rechten Seite seht ihr das technische Datenblatt, das wie immer lose auflag, ohne Klebepunkte oder Klebestreifen. Das sehen wir uns jetzt natürlich etwas genauer an. Wir haben zum einen eine Überschrift, die dem geneigten Käufer und Filmfan den Film so ein bisschen schmackhaft machen sollte. Sollte er eben dieses Mediabook in der Hand halten bei Müller, Mediamarkt und Saturn und Co. Dann haben wir darunter noch die Inhaltsangabe. Darunter haben wir ein paar Szenenfotos sowie ein paar weitere Schlagwörter, Schlagzeilen, die das Ganze noch ein bisschen aufpeppen sollen. Darunter haben wir die Credits und dann selbstverständlich auch die technischen Daten von der Blu-ray und auch der DVD. Einen Hinweis über das Bonusmaterial gibt es hier leider nicht. Den bekommt ihr jetzt von mir nachgereicht. Es befinden sich nichts weiter drauf auf der Disc als Trailer in Form von Filmtipps. So viel einmal dazu. Dann gucken wir uns die Rückseite an. Dieses technischen Datenblattes haben hier zum einen das Cape Light Mediabook Regal mit den bisherigen Veröffentlichungen. Dann eben noch den Hinweis, dass Bloodsport in zwei verschiedenen Mediabook-Editionen erscheint. Das Datum ist veraltet, wie wir gestern eben schon mitbekommen haben. Bei Christmas, Bloody Christmas, haben wir dann das korrekte Datum draufstehen. Eben der 23. April. Weil man mit dem 4K Master nicht zufrieden war. Es ist in Ordnung, schaut gut aus, aber noch nicht gut genug, dass man das Ganze veröffentlichen möchte. Und deswegen hat man dieses Release verschoben. Schon auf der C-Card von Christmas, Bloody Christmas, hat mir ebenfalls dann nichts draufstehen, ob es hier Bonusmaterial gibt oder nicht. Und auch da waren nur Trailer in Form von Filmtipps vorhanden. Kommen wir zum Mediabook selbst. Wir sehen, das Ganze kommt wieder mit so einem Rahmen daher. Da gibt es Leuten, denen das Ganze gefällt, so wie mir. Andere Leute wünschen sich lieber das Artwork über das komplette Mediabook, wie zum Beispiel auch bei der Blu-ray-Veröffentlichung. Da ist das Artwork eben ja auch komplett drauf und nicht mit irgendeinem Rahmen versehen. Ist natürlich wie immer subjektiv und Geschmackssache. Das Mediabook selbst ist matt gehalten. Allerdings ist es matt und glatt sozusagen. Das schluckt nicht so viele Farben wie das Mediabook, das ich euch gestern von Christmas, Bloody Christmas vorgestellt habe. Und hier kommen auch einzelne Details besser rüber. Also mir gefällt diese Beschichtung auf jeden Fall viel, viel besser. Leider gibt es auch hier keine irgendwelche Veredelungen vom Titel oder Sonstiges. Das finde ich natürlich dann auch immer schade. Vernehmen wir das Ganze um, haben wir hier den Spine. Da haben wir in der Mitte den Titel, schön laserlich, so mit einem Farbverlauf versehen, den wir von mehreren Actionfilmen her schon kennen. Das Ganze suggeriert so ein bisschen eben, ja, Feuerexplosionen von der Farbstimmung her. Rot, Gelb und so. Wir kennen das, passt natürlich ganz gut zu den Actionfilmen. Auf der Rückseite haben wir ein tolles Motiv. Wie ich finde, wieder mit den Rahmen versehen. Aber so ist das Ganze eben einheitlich mit der Vorderseite. Das Motiv selbst ist etwas körnig abgedruckt. Das sehen wir hier hinten. Aber mir ist sowas wesentlich lieber, als der Versuch, das Ganze irgendwie weich zu spülen. Und das kommt dann mit, wie so eine Art Wachszeichner daher. Haben wir auch schon öfter gesehen. Und deswegen, bevor man das Ganze irgendwie versucht zu verschlimmbessern, nimmt man es so, wie es ist. Und es passt ja auch zu dieser rauen, harten Vorgehensweise unseres Antagonisten hier hinten drauf. Also vom Äußeren her sieht das Ganze eigentlich schon recht stimmig aus. Dann schlagen wir das Media Book einmal auf. Haben dann hier wieder ein Motiv von der Vorderseite des Booklets rüber in den Innendruck. Unterhalb des Trays. Die Disc nimmt den Print hier auch wieder auf. Dieses Motiv, das ist auch ganz gut gelungen. Und vom Motiv selbst her finde ich das auch keine schlechte Wahl, dass wir hier eben die beiden Hauptcharaktere haben. Unseren Don Lee und dahinter eben den Antagonisten in einer actionreichen Sequenz. Und hier drüben geht es zwar weiter mit dem Bild, aber hier wird nichts großartig verdeckt oder Sonstiges durch die Disc. Auch wenn die Disc nämlich jetzt hier wieder eben dieses Motiv mit aufnimmt. Von der Verarbeitung her ist es wieder Cape Light typisch in Ordnung und sauber. Das Papier ist eben auch wieder dieses typische Offset Papier. Dann geht es los mit dem Media Book Textinhalt. Und hier sehen wir Faust gegen Machete. Ein Gespräch mit dem Regisseur von Roundup. Eben hier der Name. Weil ich die jetzt nicht so korrekt aussprechen kann, spare ich mir das Ganze, bevor ich es falsch mache. Leider haben wir hier absolut keinen Hinweis darauf, wer dieses Gespräch geführt hat, dieses Interview, und in welchen Rahmen oder Zusammenhang dieses Interview geführt wurde. Schlagen wir hier hinten mal die letzte Seite auf. Und auch die vorletzte Seite gibt es leider untypisch hier überhaupt keine Hinweise, ob das Ganze wieder in Kooperation mit Deadline geschehen ist oder einen anderen Autor oder Interviewer. Leider kein Hinweis außer der typische Disclaimer. Das ist natürlich schade, denn so weiß man als Fan eben nicht. Gibt es irgendwo das Interview noch online nachzulesen? Ist es nur ein Auszug aus einem Interview, das schon mal stattgefunden hat? Ist es ein exklusives Interview, das ich hier vorfinde? Oder sind diese Fragen vielleicht sogar zusammengestellt aus mehreren Interviews, die der Regisseur schon mit dem ein oder anderen Magazin gegeben hat? Das bleibt einem hier leider vorenthalten. Dann geht es hier eben los mit der Frage, wie eben die Produktionsbedingungen waren während der Pandemie. Man hat ja direkt zum Start der Pandemie diese Produktion eben begonnen. Und zum Ende hin, als dann alles vorbei war, konnte man den Film auch releasen in den Kinos und hatte dementsprechend auch viel Erfolg, was der Regisseur hier dann auch im Interview zum Besten gibt und sagt, ja, hauptsächlich hatten wir den Erfolg, weil das Timing auch gestimmt hat, weil man auch in Korea wieder ins Kino gehen wollte und die Leute sehnten sich einfach danach, eben die Seele wieder baumeln zu lassen und die Alltagsprobleme zu vergessen. Natürlich hat der Film noch ein bisschen mehr zu bieten, aber das Timing hat natürlich hier mal gepasst. Wir wissen es, es gibt Scheiß-Timing und es gibt natürlich auch glückliches Timing und da gehörte dieser Film dazu. Nach einer Doppelseite hier, wie ihr sehen konntet, geht es mit einer Doppelseite vom Interview weiter, das aber allerdings sehr großzügig hier abgedruckt, wie wir das sehen konnten. Dann wieder eine Doppelseite, auch das finde ich sehr schade, denn es sind hier zum einen zwar, ja, schön zum Ansehen, viele Fotos mit dabei, aber jede zweite Seite ist eine Doppelseite und dann hier auch immer nochmal eine komplette Seite mit Bild. Ja, kann man von halten eben, was man möchte. Hier seht ihr es nochmal in der Mitte, da finde ich es immer ganz gut, wenn hier so ein doppelseitiges Bild ist, dann kommt ein weiteres Bild und dann ist hier die halbe Seite aber auch schon wieder leer. Was mir noch aufgefallen ist beim Interview, ist zum Beispiel diese Frage. Hier wird gefragt, wie sich denn die Besetzung zusammenstellt und hier bekommt man keinen einzigen Hinweis darauf, dass es sich bei The Roundup um eine Fortsetzung zu The Outlaws handelt, aus dem Jahre 2017, weder eben hier von den Interviewführern, noch eben vom Regisseur selbst und das ist halt natürlich schade, denn der geneigte Kinofilm-Fan, also Heimkino-Film-Fan in diesem Falle, dem der Film gefällt, der möchte natürlich mehr sehen und da ist es natürlich eine essentielle Information, zu sagen, hey, pass auf, es ist eine Fortsetzung, es gibt einen ersten Teil und der erste Teil hat sogar eine noch bessere IMDb-Bewertung als der bisher zweite Teil, die Fortsetzung. Da möchte man doch eben mehr sehen und ja, das Ganze wird einem hier leider vorenthalten. Hier hätte man auch schreiben können oder sagen können als Regisseur, ja, die Besetzung setzt sich aus ein paar altbekannten Gesichtern aus dem ersten Teil zusammen, die ihre Figuren wieder aufnehmen, allen voran eben Don Lee hier und dann natürlich auch aus ein paar neuen Gesichtern, wie zum Beispiel unseren Antagonisten namens Blablabla. Aber diese Information bekommen wir hier leider nicht. Stattdessen bekommen wir wieder eine Doppelseite mit Bildern und dann nochmal eine Seite hier mit einem Foto von Don Lee und da ist mir schon im Film aufgefallen, denn ich wusste es auch nicht, dass es sich bei The Roundup um eine Fortsetzung von The Outlaws handelt. Aber ich habe hier noch eine weitere Mediabock-Veröffentlichung von eben The Outlaws und vergleicht man mal beide Filme, dann sieht man hier, wow, passt ja wie die Faust aufs Auge. Klar, ein Anzug und Hemd und Ding trägt man nicht nur in einem Film, das ist logisch, aber vom Auftreten her und auch vom Namen der Figur her im Film kam einem das Ganze bekannt vor und wird dann bestätigt, wenn man eben beide Veröffentlichungen miteinander vergleicht und das finde ich hier schade, dass man keinen einzigen Hinweis darauf bekommt. Stattdessen geht es hier weiter mit einem Interview mit Don Lee, mit Actionstar Don Lee. Auch hier wieder kein einziger Hinweis, wer das Ganze geführt hat, in welchen Rahmen das stattgefunden hat, ob das Ganze schon irgendwo veröffentlicht wurde oder ob das einfach jetzt hier irgendwelche zusammengewürfelten Fragen sind. Wir haben dann auch noch so geistreiche Fragen wie eben diese. Glaubst du, dass Roundup weltweit mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, weil dich ein internationales Publikum in The Eternals gesehen hat? Also die Frage ist ungefähr so geistreich, wie wenn ein Reporter nach einem Fußballspiel den Trainer oder einen Spieler der gerade gewonnenen Mannschaft der Partie fragt, wie wichtig war der Sieg für ihr Selbstvertrauen? Ja, scheiße. Warum haben wir gewonnen? Steigt die Erwartungshaltung unserer Fans? Jetzt erwarten die, dass wir das nächste Spiel auch gewinnen. Also das sind dann hier so Fragen, verschenkter Platz und verschenktes Potenzial. Also hier hätte man wesentlich mehr Informationen beilegen können. Stattdessen haben wir hier wieder die nächste Doppelseite mit Bild. Dann haben wir nochmal ein Bild und hier sind wir dann auch am Ende dieser beiden Interviews angelangt. Es gibt, wie gesagt, keinen Hinweis auf irgendwelche Quellen oder Sonstiges. Stattdessen nur einen Disclaimer und das war's. Zum Abschluss haben wir dann nochmal eine Doppelseite mit Bild. So kann man das Ganze auch betrachten. Auch hier nimmt die DVD wieder das Motiv auf und das war's mit dem Mediabook zu The Round Up. Abschließend sei natürlich noch gesagt und vielleicht hat der ein oder andere von euch aufgepasst und genau hingeschaut, einen Hinweis, dass es sich hierbei um eine Fortsetzung handelt. Die gibt es tatsächlich doch auf dem technischen Datenblatt und zwar hier unten beim Originaltitel, den ich jetzt leider nicht ausspreche, weil ich es wahrscheinlich eh wieder vorhunze. Aber hier sehen wir ganz hinten ran eine 2. Also da bekommen wir dann die Bestätigung, dass es sich hierbei um eine Fortsetzung handelt.